So, fangen wir mal gucken. So. So, da sieht man es, dass es nicht richtig drauf sitzt, denn, und hier sieht man, dass es richtig drauf sitzt, die Linie, ein bisschen schwarz, so, das ist in Ordnung, so, und da ist sie drüber weg, die Linie, und da entstehen Lücken, da oben ist es ganz einfach zu knapp.